Ich höre mich jetzt gerade im Moment. Wieso? Die sind zwei Augen oder was das sein soll. Du bist ja im Mund. Meine Sonne hat ja auch im Mund, oder? Eigentlich ja. Ich lache nur Augen. Ja, das ist irgendwie nicht vollständig geworden. Du bist ja ein Fan der Sonne. Absolut. Man merkt es ja auch an meiner Bräule in Sicht. Und du hast tatsächlich auch in Solarenergie investiert? Genau. Das ist die Zukunft für alle Menschen, die was für die Umwelt tun wollen. Investiert in Solarenergien. Ja, da habe ich mein...